Hallo ihr Lieben, hier ist die Andrea. Ich melde mich aus dem Homeoffice. Jetzt ist der letzte Friseurbesuch schon sechs Wochen her. Die Haare werden immer länger, die Ansätze werden immer länger und natürlich auch das Volumen wird immer weniger. Ich habe jetzt ein paar Tipps, wie ihr damit Abhilfe schaffen könnt, auch wenn wir wahrscheinlich wieder in zwei Wochen für euch da sein können. Der erste Tipp ist Ansatz, Volumen, Puder. In ganz einfach anzuwenden. Scheitelweise auf den Ansatz, bisschen verteilen, mit dem Finger eineinhalb bis zwei Zentimeter tieferen Scheitel und das jetzt über den ganzen Oberkopf. Das ist übrigens mein Mann, der Peter, der jetzt dafür herhalten muss. Hallo, aus dem Homeoffice? Ja. Und das Ganze auch gerne nochmal hier über den Wirbelbereich, der auch immer ganz gern auseinander fällt. Der Puder ist dafür da, dass der Ansatz wieder richtig schön Griff bekommt. So, schön verteilen. Und dann nach Wunsch frisieren, stylen, wilder, gelegter, wie auch immer. Genau. Und ihr seht, man muss jetzt sogar aufpassen, dass es nicht zu hoch wird. Also es ist richtig schön griffig, das Ganze. Genau. Wenn ihr dann auch noch die unruhigen Wellen etwas bändigen wollt, dann gibt es auch einen ganz schönen Trick. Und zwar bekommt ihr in jeder Drogerieabteilung. Entschuldigung mein Schatz, jetzt kriegst du das erste Mal in deinem Leben Lockenwickler drauf. Das ist ganz wunderbar, ich freue mich schon. So, das sind Klettwickler. Die haben eine etwas rauere Oberfläche, haften gut im Haar. Und vom Durchmesser her sollten sie so sein, dass das Haar genau einmal gut rumgeht. Hältst du mal bitte? So, einfach am Oberkopf ein Viereck abscheiteln. Dabei müsst ihr nicht aufpassen, dass es hier ordentlich ist. Sondern nur gut in der Spitze durchkämmen. Schön nach oben ziehen. Und dadurch drehst du mal deinen Kopf zur Seite. Mach weiter. Genau. Einfach nur, dass die Spitzen richtig schön gerade drin liegen, mit dem Finger reinschieben. Nachhelfen mit dem Finger. Und so haften sie von alleine. Bleib so. Halte mir den mal bitte. Sollten die Wickler alleine zu locker sein, kann man hier unten noch schön mit einem Clips arbeiten. So, dann nochmal. Ich zeige es. Das kann man auch gern mit dem Finger abteilen. So, wieder schön nach oben ziehen. Wieder schön mit den Händen aufpassen, dass die Spitzen schön gerade drin liegen. Und rein drehen. Und bei Bedarf mit einem Clips festclipsen. Und dann nochmal einer. Meistens reicht es. Einer hier am Hümmelbereich. Bitteschön. So, dann mit dem Föhn einmal schön warm machen. Wenn es besonders gut halten soll, noch etwas Haarspray drüber. 10-15 Minuten auskühlen lassen. Wickler raus. Und schon werdet ihr sehen, dass das Haar dann einfach auch ein bisschen glatter und auch wieder volumiger liegt. Das ist auch eine schöne Sache, Volumen wieder an den Ansatz zu bekommen. Aber etwas glattere Längen. So, dann habe ich noch einen dritten Tipp für euch. Und zwar seht ihr gefahrlos, wenn ihr euch an meine Anweisungen hält, gefahrlos euren Pony ganz vorsichtig ein bisschen kürzer schneiden könnt. So. Den Tipp gebe ich auch immer meinen Kunden im Salon mit. Weil oft ist es ja so, auch wenn wir unseren Kunden das Pony schneiden kostenlos anbieten. Die Schere ist schnell zur Hand und geschnibbelt ist auch ganz schnell vorne. So, deswegen den Pony. Ganz wichtig, das Haar muss trocken sein. Abteilen. Die Haare schön nach unten ziehen. Halt mir mal. So. Dann, wenn ihr einen Mittelscheitel habt, dann über die Nase. Wenn ihr einen Seitenscheitel auf der rechten Seite habt, dann Mitte rechtes Auge. Wenn ihr einen Seitenscheitel auf der linken Seite habt, Mitte linkes Auge. Ich mache jetzt hier die Mitte. Drehen. Die Haare einfach schön drehen. Und dann am besten mit einer Nagelschere. Und nur ganz, ganz vorsichtig einen halben Zentimeter. Vielleicht einen ganzen, aber nicht mehr. Ganz vorsichtig abschneiden. Durch das Drehen wird es etwas franziger. Durch das auf die Linie ziehen bleiben bleibt es hier schön lang. Und ihr bekommt keinen Ärger mit dem Friseur. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald. Tschüss. Tschüss. Tschüß. Untertitelung des ZDF, 2020